Was für eine akrobatische Aktion! Was für ein Treffer! Der Angriff kann etwas werden. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Wahnsinn! Der Ball! Passt! Ein super Tor! Jetzt kommt die Flanke. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Drei Tore! Es ist einfach der Bunches Räuge! Du mich der Bunches Räuge! Vielen Dank.